und ein herzliches willkommen zu einem extra video bzw kleiner rückblick vom september ne doch vom monat september und ja der september ist rum wir haben einige tolle videos miteinander zusammen gehabt sage ich jetzt mal hoffe ich doch zumindest meine abonnenten zumindest also ein paar zumindest die auch immer regelmäßig kommentieren hat mich gefreut auf jeden fall ich hoffe das geht natürlich so weiter jetzt auch im oktober und den anderen monate und ja also wie gesagt herzlich willkommen zu von der game place ein kleiner rückblick vom september ich habe jetzt mal einfach mal in den analytics geguckt in meiner statistik welche vier playlists also playlist jetzt nicht von videos her am meisten geschaut wurden von den minuten her zumindest und da habe ich die ersten vier rausgesucht also die natürlich am meisten geschaut wurden und am längsten wie auch immer und die habe ich jetzt einfach zusammengeführt einfach die die mir am meisten klick so gesehen gebracht haben september ich hoffe ihr habt spaß damit und ich danke euch für die ganzen daumen nach oben die ich in dieser zeit bekommen hat im september beziehungsweise neue abonnenten herzlich willkommen dann übrigens noch mal bei mir und ich hoffe es wird weiterhin besser laufen auf jeden fall auf jeden fall ja okay das war ich ein das war es eigentlich schon das sollte als eigentlich nur so kleiner rückblick werden welche wie welche playlist wie gesagt die vier besten plätze belegen bei mir im september und los geht's vielleicht mache ich am schluss noch die vier am meist geguckt ist ein videos mal schauen was wir da haben man darf gespannt sein okay es geht's würde ich sagen viel spaß dann schauen wir mal auf jeden fall das geht's нес was ich wenn etwas das geht da So, geht doch, mein Freund. Man muss nicht immer so unfair spielen, um zu glücklich zu sein. So, geht doch, mein Freund. Ja, kommt er auch mal näher. Jawoll! Woher holt ich denn nicht diese Powerschläge direkt? Komm schon! Championship Ball! Wer ist 18? Ja! Wahnsinn, ich hab ein Turnier geschafft, Mann! Wohoo! Square Enix! Eidos Montreal Presence In collaboration with Crystal Dynamics In collaboration with Crystal Dynamics Oh my god Und was habt ihr hier? 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 Äh, Rezession Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts Besonders wichtig, wenn man bei Nacht aktiviert Okay Nach dem Maya Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen Also, deswegen Peru ist passiert Und was passiert? Ja genau Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der Silberland Krone in Peru ist Aber es wird noch weiter in irgendetwas getrunken Und Schlüssel Sehr lecker Sehr lecker Ähm, guten Tag Die Zuschauer haben wir auch schon Ach komm, du hast doch gar keinen Hunger mehr Du hast doch grad gegessen Die jagen niemals allein Mein Boden Konnte ich durch die Federn überhaupt was sehen? Oh, da ist noch ein Nest Ich bin immer wieder fasziniert von diesem Level-Design, ey Juhu Meine Axt, äh, Kletteraxt, Juhu Hey Jonah Als ob man das nicht lösen könnte Geh weg Du darfst nicht hier sein Hör mir zu Ich weiß es doch Aber Du? Aufrundtun Du? Entschuldigt Ja Du, das ist das Triniti 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 Okay. Wir lernen. Wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Unser treuer Freund von Tom Raider 2013 lebt er in einem Drachen-Dreieck auf der Insel. Hey, wie klappt der U-Bahn? Wir haben es geschafft. Ich sehe die U-I. Oh Gott. Ich bin glücklich. Oh. Autsch. Oh, Scheiße. Ich hab dich. Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf. Komm, fahr! Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesch verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verwendung zum Propheten-Artefakt? Das Gleiche zum Morgen. Lara! Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesch ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich da hin. Was sind wir hier? Ist das ein Witz? Wir haben doch so ein Witz. Wenn dieses Ding wirklich das Erkenntnis der Unstänglichkeit auf die Tür, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, Vorweihung. Sie sind mir gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere Sie. Aber meine Gehörigkeit hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Scheiße. Das war aber gut, ich bin sicher. Bitte. Bitte nicht. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Was für richtig ist. Okay, okay. Das ist der letzte Vergnung. Ich muss zurück zu Jonger. Vater, Sie kommen näher. Sie wandeln sich mit dem anderen Weg ins Eis. Dann haben Sie schon verloren. Nein, irgendwie muss man Sie aufpassen. Sie, auf der Karte war ein Geheingang in die Stadt verflucht. Liegt mit den Sterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit aufhand. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Dann sehen wir ja, wo wir stehen geblieben sind. Das klingt auch nicht mal von der Leiche. Das klingt auch nicht mal von der Leiche. Guck mal, was ich hier habe. Oh, es funktioniert. Martin. Ich bin vor, ich gebe dir Deckel. Na, nein. Los geht's, bitte. Los geht's mit dem Spaß. Trott. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Danke! So, ist er tot? Ne, noch nicht. Aber jetzt! Soll ich das Hündchen noch töten oder nicht? Oder soll ich nur die Brille holen und wieder abhauen? Was ist denn? Ich hab meine Brille fallen lassen. Weil das hier auch so ein Weltuntergang ist. Hey, ich hab uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Voll nicht hin. Oder auch nicht. Läuft das Ding noch? Zeit, das Haus zu finden. Scheiße! Sie findet das Funk. Was machst du da? Einfach. Genau. Ganz ehrlich, ich will jetzt mal was ausprobieren. Ich hab mir jetzt gegenseitig gesagt. Komm! Ich schieße erst gar nicht viel auf dieses Schienen. Die Fahrt hört ja eigentlich irgendwann mal auf. Sie kann ja nicht die Ähnlichkeiten in der Stadt rumhalten. Ich hab mir jetzt mal auf dem Schienen. Ich hab mich hier oben drin zu lassen. Schuss! Oh nein! Wir bringen uns einfach hier raus. Brauchst einen Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort noch Bankzeug. Ich geh ja. Lass sie mal rein kommen. Lass sie gehen. Oh! 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 jetzt bin ich ja mal mords gespannt durch den fehler dass ich jetzt meine munition nicht mehr aufpushen konnte aufnehmen konnte und 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 Vielen Dank.